Dieses Kreuz hier, oh hoppla, also dieses Kreuz hier, gehört zu einem Tabernakel. Und dieser alte Schrein soll umgestaltet werden, innen wie außen. Die Kundin, eine Künstlerin, liebt religiöse Kunst und Kitsch und wünscht sich ein anderes Gelb für außen und eine Beleuchtung innen. Da ich gleich mit Kreidefarbe streiche, schleife ich den alten Lack nur an. Nach dem Anstrich schleife ich alle Kanten an und patiniere mit dunklem Wachs. Und mit einer batteriebetriebenen Lichterkette erzeuge ich einen Sternenhimmel.